An unserer Garage ist es speziell, dass wir sehr abwechslungsreich sind aufgrund unserer Marken. Mit Toyota Lexus, Jeep Chrysler, Dodge und Citroën. Das macht es für die Mitarbeiter wie auch für die Auszubildenden sehr abwechslungsreich. Von meinen gelernten Fähigkeiten kann ich privat viel brauchen, zum Beispiel beim privaten Auto oder wenn die Familie mit ihrem Auto ein Problem hat, kann ich mir gleich helfen. Also speziell in unserer Garage ist, wir haben die längste Garage der Schweiz. Das heisst, sie beginnt in Soliken mit dem ersten Standort an und hört dann in Erlenbach mit den letzten drei Standorten an der Seestrasse 139 auf. Der Lernere sollte bei uns die Lehre machen aufgrund der grossen Erfahrungen und Know-how von unseren Mitarbeitern, die eigentlich ihr Know-how und ihr Wissen mit einer grossen Selbstverständlichkeit an der Lernende weitergeben. Wir sind halt ziemlich familiär. Wir haben halt viele langjährige Mitarbeiter da. Und als Lehrerin kann man auch nur profitieren von ihnen. Ja, ein Lernender muss bürger arbeiten, weil wir direkt am See sind und er darf über den Mittag baden. Ich bin stolz auf mich, dass ich hier in dieser Garage auch an teuren Autos arbeiten darf, dass ich die Verantwortung übernehmen darf und dass ich somit auch die Kundschaft zufriedenstellen kann. Abonnieren solltegere mich. Abonnieren muss wahrscheinlich auch nicht weiter. Ich bin natürlich das Geld zu, aber nicht weiter. Ich bin froh.